Ein herzliches Willkommen und einen großen Applaus für Michael Reschke. Herzliches Willkommen hier in Mannheim, Alexander Joves vom FC Schalke 04. Herzlich Willkommen vom Rhein von Bayern 04 Leverkusen, Jonas Boltz. Herzlich Willkommen von der TSG 899 Hoffenheim, Dr. Peter Görlich. Ein tosenden Applaus, geht mal so richtig aus euch raus, für euren Professor Dr. Ulrich Schreiber. Die Moderation war spannend und witzig und das Publikum sehr aufmerksam. Es ist einfach eine Leidenschaft von uns, uns mit Sport zu beschäftigen und dementsprechend hatten wir beim MFCC die Idee, also schon vor vielen Jahren dieses Event ins Leben zu rufen. Ich kann jedem nur empfehlen, hier nächstes Jahr wieder herzukommen.